damit herzlich willkommen zu einer neuen aufnahme von remember me ja ich hatte das eben ein bisschen noch ein bisschen runter gestellt die das audio weiß nicht schon jetzt auf 29 ich bin auch schon mal am überlegen ob ich mir mal ein anderes mikrofon holen mit irgendwie wirklich so ein mischpult aber ja genau das tut dazu und ich habe mich jetzt entschieden dass dieses spiel jetzt ohne camp zu spielen dann glaube ich doch ein bisschen atmosphärischer und so genau so ich weiß nicht ist das hier jetzt wahrscheinlich so ein bisschen schlauch ich nehme man kann zwar reinigungsrohre benötigt okay entschuldigen sie die unendlichkeiten reinigung also reinigungsdrohne benötigt okay wir können hier noch gar nichts machen war okay das ist halt so wirklich so ja da anzeige okay gut wie gesagt ein bisschen schlauchig wahrscheinlich alles hier keine open welt ne aber naja muss ja auch nicht immer so sein das ist halt so ein trinkbrunnen aber jetzt kann ich doch gar nicht mehr rein zutritt verboten das raucht jetzt wieder okay da kann ich jetzt nicht hin können wir auch nicht reden ne da kann ich auch nicht reden ne also gut okay das ist so ein trinkbrunnen ne hier gibt es nichts zu sehen ruhig schnellen ganz ruhig ja essen gepäckts aha was ist da non stop service aha mhm mhm okay kann man da rein guten tag dürfen wir mal wieder hier durch nein nein okay schade hier lang nö schade also wir können da gar nicht rein ne überhaupt nicht rein okay ein café oder sowas ist das hier leider warte ich auf jemanden ja ist ja gut jetzt scheint irgendwie so eine bar zu sein ja bar da haben wir so einen ja einen bäcker der kann man cash holen kann wirklich nicht schnell laufen sedys häufchen privilegierte ihr schnödes wohlbehagen während andere wenige meter vor ihrer barrikade leiden keiner bestimmt auf welcher seite der firewall er aufwächst nicht ihre selbstsucht verurteile ich schwester sondern die gier mit der sie alles vergessen was sie stört naja wenn das ihnen rausgesucht worden ist wie bei uns dann ist es ja auch kein Wunder ne hat man ja halt keine erinnerung zwei von zwei von hat steht auch geschlossen erleben sie ihre besten erinnerungen nochmal wenn wir die erinnerung hätten wenn wir die erinnerung hätten dann würden wir die auch nochmal wieder leben also dieses abfurt ist völlig aus der mode ja ich finde es gut ich finde es toll vorüber und gegen geschlossen ok ich finde es ist ein ganzes da lange oder da lange sie da lassen dass man da oder steht da seh 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 mit von hier da wir hier trainiert bearbeitet euer gedächtnis Ich habe auch gedacht, dass hier eventuell noch was liegt, ne, diese anderen Dinge da. Genau diese Dinge, also. In ihm wird offenbar der Vater und sein Wort. Und der Herr, neu erschienen, neu geladen, Paket für Paket. Bei uns ist es ja gerade so, nicht zu gern gesehen, ne, sowas. Okay, gut. Du, 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 sind wir hier. Was los? Können wir Wildly sein, nicht? Glauben wir nicht. Oh. Unges. Oh je, tut mir sehr leid, Madame. Alles okay? Soll ich den Notfalldienst rufen? Nein, nein, nein. Hey, alles okay, alles okay. Wenn du eine Beschwerde anreichen möchtest, dein Sensen Terminal hat meine Identifikation gespeichert. Guten Tag. Ach, endlich. Ich warte schon 20 Minuten. Okay. Warum gehen die denn da nicht selber hin? Tschüss. Wir gehen hier lang. Oder auch nicht. Pfff. Okay, hier ist nichts. Hm. Soviel dazu, ne. Wie schon erwähnt, ne. So stauche ich hier. Auf Channel 4, aha. Okay. 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 Guck mal umgucken. Okay. Oh. Da steht einer. Ist das ein Fensterputzer da? Jo, der putzt verliert die Scheiben. Ist das Ihre Adresse, Madame? Ja. Ja, ich denke schon. Danke. Zu Diensten. Bei Anfälligkeit für periodischen Memorial Zugriff bitte vor dem Ausgehen Ihren Aug-Kompass aktivieren. Moment. Sieht aus, als sei da noch einer. Hallo? Alles okay? Sie scheint verwirrt. Das ist sie, die entflohene Gedächtnisjägerin. Nee. Okay. Patrouille 17. Eintrag. Flüchtige Verdächtige erkannt. Abholung im Gange. Sind wir aber nicht. Ist das wirklich euer Ernst, ey? Nein. Wenn das Angriff sowohl über einem nahen Feind auftaucht, drücken sie einfach A um über den Gegner zu springen oder sie Angriff zu springen, denn sie greifen so können ihre Angriff würde weiter. Ein Bedrohter. Okay. Waaah! 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 1, 2, 3! ich war doch irgendwas ok Oh Oha! Versteht das nicht, wie ich jetzt immer im zugleich bin. Irgendwie dann... Geht das nicht. Oha! Nein! Ohhhh nee! Ja, mit A kann ich rüber springen, ja. Aber das dauert aber auch lange irgendwie. Statuscharakter, ok. Können wir aber nix machen, ne? Guck mal. Y ist Anfang. Ach, dann X, Y, X. Ach so. Also, Y... Jetzt hab ich irgendwas... Voll ungeändert. Y, X, Y, X. Ich hab das jetzt wieder aktiviert. Ja. Ok. Ok. Kanschen. Ok. Komm mal. Ah! 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 So langsam kann ich da rein. Führen sie genug. Ah! 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 haben wir hier ist was neues oder was kombos da kann ich jetzt wieder nehmen wir haben wir noch gar nicht oder möchten sie schlüssel verwenden um infosysion freizuschalten ach so ok ja wir lassen also ein vorsprung mit kapiton das soll hier in der Nähe sein ah ok ok ich fahr die drungen Musik hier 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 das ist doch hier ne da gucken wir uns das nochmal an ne das muss ja gleich da oben sein das ist das nicht ok ok hier gehts nicht hoch dann müssen wir wohl hier hoch privatpolizei finanziert von menner als ordnungskräfte mit gefühl okay hätte ich rüberklettern können so okay gut habe ich gar nicht so gesehen sie ist hier irgendwo alles durchsuchen sie ist ein profi aber unsere gedrängt wurden noch gelöscht irgendwie sind sie jetzt weg wir sind voll ich dachte wir könnten jetzt hier rein aber nicht okay wo können wir auch nicht gehen wir hier rein oh toll guten tag hallo nillen erinnert sich an eine neue spezial impression die blitz symbol oder keine ahnung reiserei so rum ermöglicht es nillen von gegnern zu gegnern zu gleiten und jedes mal härter dazu zu schlagen unterbrechen sie nicht den zufluss okay ja wie denn lt ok da ok halten sie lt gedrückt drehen sie markierten sie gespürt ok während einer während der raserei setzenden keine kom drücken sie einfach x oder y um treffer zu verketten je länger die radarei kombo desto mehr schaden ok das ladet auf aha wir haben schon zwei stück hier fertig gemacht ok 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 Danke. noch einer ja noch zwei noch drei stück 4 eine neue klasse ist verfügbar ja toll jetzt verfügbar okay in dem sie aufladen reduzieren die alle momentanen aufladezeiten diese impulsion ist nicht noch nicht verfügbar ich kann jetzt hier raus wieder verwenden sie neue ihre kombo anzupassen wie mache ich das denn je weiter hinten eine kombo platziert ist desto größer ist ihr effekt da ist viel schaden da machen wir das jetzt haben wir das da können wir das da wieder raus machen ok ok verwenden sie diese neuere ja wie soll das machen oder muss ich die entfernen ach die entfernen ach weil das x ist wahrscheinlich ne ok gut ich habe Angst ich habe Angst ich habe Angst ich habe Angst Oh mein Gott, ich hab noch nicht aufgete. Oh mein Gott, ich hab noch mal. OUI, am Mann! ich ja 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 das war es jetzt ja oder was ich würde mal sagen wir sehen uns in der nächsten folge wieder also seid gespannt wie es hier weitergeht und wie ich mich so schlage also bis denn